Hallo, ich bin wieder euer BlenderCraft, heute spielen wir mal Minecraft, was ja auch als mein Hauptspiel wird, wie ihr hoffentlich in meinem ersten Video erfahren habt, wenn ich dann gucke euch einfach das erste Video an und ja, wir machen es in die Überlebenwelt und das erste Mal. Holzer bauen, um sowas zu craften, ich werde auch mein Haus nimm, hier brauche ich mein Haus nimm, aber zuerst mal brauche ich eine Bergbahn, also brauche ich aber erstmal genau dieses Holz, dann eine Bergbahn, Ok, dann müssen wir die Bergbahn erst mal mit uns, das neue Haus dann, hier kommt, hier kommt, Plastiks, S-Mensch, Wert, Eine Spitzhacke, Und wir gehen schaufeln, Eine Axt, Und ich finde es blöd, dass ich nicht mehr weiß wie schaufeln gehe, Und ich finde es nicht mehr, Ich finde es nicht mehr ganz komplizierend, Ich finde es gut hier, Zubau So Das ist gut, das ist hier Heff Das Wort für Ich finde, das ist neu Also viel Holz Das Haus wird jetzt nicht das schönste Das kann ich euch nochmal sagen Oh, und nicht das Feuerfest Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das Ich muss erst mal das Das ist das Lass uns in diesem Spiel Ich darf es nicht sein, weil ich habe hier wirklich ein richtiges Haus gebaut So Ich komme hier erst mal zurück Ich mache das jetzt zweifarbig. Oh mein Gott, ich finde das ist immer von dir so leichter Schildshafter, aber nee, das kann gar nicht sein, weil, oh Gott, irgendwie muss ich mich da nicht mehr so hart umbrunnen, weil ich bin richtig einfach. Ich weckle das hier aus. Vielleicht ist es halt für was anderes zu sitzen. Ich finde ich noch zu retten. Das kann ich im Morgen schon hier lachen. Ich weiß nicht, dass es einigermaßen fickt aussieht. Ja, das ist so hier eine Treppe für oben. Das ist auch schon eine Idee. Ich bin richtig kreativ. 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 gerade Tür Ach Göttchen Was ist das schöne hier Das ist doch das Wichtigste Das Tier Mach mal mal treffen Das hätte ich ja irgendwie Wo war jetzt zwei Stück Das haben wir wohl auch nicht viel Also ich kann es definitiv Definitiv So Das ist definitiv So Das ist gut Perfekt Das heißt Das heißt Oder noch Holz Aber wie viel Holz habe ich aus See gemacht 64. Das heißt sogar noch neuer Holz Und noch zwei Türen Das ist ja Das ist ja Das ist ja Und dann Es kann nicht so sein Ich habe es nicht mehr So. Das tatsächlich wusste ich gar nicht. Der hat der bessere Ehrlichkeit verboten. Der weg. Aber tatsächlich so was wusste ich nicht. Tatsächlich geht es auch. Das muss ich echt nicht so weit machen, um das man so zu machen kann. Da muss ich sagen. So. Gut, ich mache noch ein Mal, als ich noch nicht. Da bin ich mir mal noch ein bisschen, äh, nicht einig, weil ich dumme. Ja, ich weiß nicht, was ich hier passiert. Prozent 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 in meiner Axt doch am Leben das sieht nur so aus in die Graben und mit nicht aus jetzt ist es 8 68 ich habe bestimmt etwas gewonnen weil ich so blöd bin ich nicht gleich jetzt in der Tat so so Apfel hast du Essen Läger, Läger Busch vom Baum gefahren so 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 und natürlich noch einpflanzen ist wichtig und schaden und über das gewaltige das kurs Du musst so stark sein. Du bist der einzige Baum, auf dem ich weiß nicht. Ich stelle hier sogar noch ein paar Kumpels. Ein bisschen vermorscht aus. Das ist eigentlich jetzt nicht so ein bisschen morscht. Ach guck, hier so der Baum. Das ist jetzt meine Stütze. Muss realistisch aussehen. Ja, verdammt. So. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Nein! Das geht nicht. Das ist ein Schaufwurst. Ich bin Herr. Das ist ein Schaufwurst. Das ist ein Schaufwurst. Ich bin Herr. Das war's für das Video, ich hoffe es hat euch gefallen, das bleibt dann ein Abo und...